Wie ist das eigentlich mit dem alten Monitor, wenn ich mir ein neues Notebook oder einen neuen Rechner kaufe? Kann ich den noch verwenden? Dieses Video zeigt dir, was du beachten musst. Zunächst einmal solltest du dir unbedingt die Unterseite deines Monitors anschauen, welche Buchsen es da hat. Ich habe jetzt hier zwei gleiche Buchsen. Das ist der sogenannte HDMI-Anschluss. HDMI ist ein recht moderner Anschluss, wird gern noch von Fernseher verwendet. Da sieht das Ganze gut aus. Rechts nebenan ist der Kopfhörer. Da ist ein USB-C-Anschluss, da kommen wir später noch dazu. Das kann auch für Video verwenden werden, ist aber nicht immer der Fall. Und hier ist nebendran noch ein Anschluss für ein externes Netzteil. Das ist nämlich konkreterweise ein mobiler Monitor. Das sieht aber bei einem stationären Monitor ähnlich aus. Du kannst aber andere Anschlüsse haben, da kommen wir jetzt dazu. Hast du ein solches Anschlusskabel bzw. die entsprechende Buchse auf Seite deines Monitors, dann kauf einen neuen Monitor. Das ist VGA, also ziemlich die älteste Möglichkeit, einen Monitor anzuschließen. Gibt es zwar Adapter, aber das gibt keine vernünftige Bildqualität. Das gleiche hier sieht das so bei dir aus. Neuer Monitor kaufen. Besser ist das hier, du siehst an der Seite ist nur eine Seite angeschrägt. Im Gegensatz zu HDMI, das ist DisplayPort. Da gibt es Kabel, wenn du also auf deinem Rechner ausgangsseitig HDMI hast, kannst du ein Kabel kaufen, HDMI auf DisplayPort und einen alten Monitor anschließen. Fein raus bist du hiermit. Das ist HDMI. Da sind beide Seiten angeschrägt. Das ist eigentlich noch ein sehr weit verbreitetes System, sowas anzuschließen. Und damit solltest du, wenn du auf deinem Rechner einen HDMI-Ausgang hast, auch entsprechend den Monitor mit HDMI anschließen können. Das ist USB-C. Manche Monitorer lassen sich auch über USB-C ansteuern. USB-C ist eine universelle Schnittstelle. Leider ist nicht generell über USB-C die Grafikausgabe möglich. Das muss man schauen. Diverse Notebooks, wie zum Beispiel dieses MacBook Pro, haben nur noch USB-C-Ausgänge. Man kann hier allerdings einen Adapter einstecken, wo man dann einen HDMI-Ausgang wiederum hat. Derartige Adapter gibt es in den unterschiedlichsten Formen. Zum Beispiel auch so, wo dann gleich mehrere USB-A-Schnittstellen bereitgestellt werden. Teilweise auch Netzwerkschnittstellen. Das gibt die noch in viel, viel größer. Ich verlinke euch da einige unten in der Videobeschreibung. Das sind also die wichtigsten Anschlussmöglichkeiten. Wenn dein alter Monitor schon DisplayPort hat, also der Anschluss, der auf einer Seite angeschrägt ist oder HDMI, der auf beiden Seiten angeschrägt ist, dann bist du fein raus. Auch bei USB-C. Allerdings ist es zum Beispiel so, bei meinem tragbaren Monitor ist die USB-C-Schnittstelle nur für die Stromversorgung, weil über USB-C kann auch geladen werden. Nicht immer kann man USB-C auch als Grafikeingang am Monitor verwenden. Das bitte schauen. Da hilft wirklich nur die Manuals lesen, die da mitgegeben werden. Wenn du jetzt wissen willst, wie du den Monitor, den externen Monitor an einem Mac oder an einem Windows-Rechner betreibst, dann schau dir die Videos an, die jetzt schon eingeblendet werden. Ich freue mich über ein Like, natürlich auch über ein Abo und natürlich auch über Kommentare. Mach's gut, bleib gesund. Ciao. Ciao.